Stell dir vor, du gehst mit ein paar Freunden auf eine Wanderung zum Grand Canyon. Ihr habt geplant, die Nacht dort zu verbringen, wie Pfadfinder zu zelten und vor allem Spaß zu haben. Während ihr auf dem Pfad zu eurem Ziel unterwegs seid, geht euer schnellster Freund, der gerne angibt, ein paar hundert Meter voraus. Plötzlich siehst du ihn stolpern und kurz bevor er am Boden aufkommt, verschwindet er, wie in Luft aufgelöst, direkt vor deinen Augen. Was würdest du tun? Würdest du deinen Augen vertrauen oder es für eine Halluzination halten? Tja, diese Wanderung klingt nur allzu vertraut, aber sie ereignete sich etwas anders vor 126 Jahren. James Bourne Warson war ein freundlicher Schuhmacher, der in Leamington, Warwickshire in England lebte. Er hatte sein eigenes kleines Geschäft, wo er seine eigenen Schuhe entwarf und Schuhe von Passanten reparierte. Er war ein bescheidener, ehrlicher und respektierter Mann, aber wie wir alle besaß er einige negative Eigenschaften, die andere Leute nicht besonders schätzten. Er genoss es hin und wieder anzugeben und er liebte es auch Menschen herauszufordern, Dinge zum Spaß zu tun. Am 3. September 1873 gingen er und ein paar seiner Freunde durch die Stadt, redeten und lachten. Plötzlich kam James die Idee in den Kopf, ein Spiel zu spielen. Da er ein Mann war, der ständig nach Anerkennung suchte und Aufmerksamkeit liebte, ließ er sich eine hervorragende Idee einfallen, um seine Dosis Bestätigung zu ernten. Siehst du, er war auch ziemlich sportlich und das bedeutete, dass er die Fähigkeit hatte, seine körperlichen Fähigkeiten zur Schau zu stellen, um die Stadtbewohner zu beeindrucken. Er beschloss, einen Wettkampf gegen die Natur zu führen. Dieser lautete, seine Stärke und sein Wille gegen die Erfolgschancen. Was bedeutet das? Nun, er wurde von einem seiner Freunde herausgefordert, von Lemmington nach Coventry zu laufen und dann den ganzen Weg zurück zu laufen. Das war auch keine leichte Aufgabe, da die Strecke, die er zu bewältigen hatte, etwa 32 Kilometer betrug. Um es dir vor Augen zu führen, er hätte 6 Stunden gebraucht, um die ganze Strecke zu gehen. Und mal angenommen, er wäre um die 11 Kilometer pro Stunde gerannt, bedeutete das, dass er mehr als 3 Stunden gebraucht hätte, um seine Reise zu Ende zu führen. Nein, er war kein Superman und er durfte regelmäßig Pausen einlegen, um zu verschnaufen. Da er vor keiner Aufgabe zurückscheute, schaltete sich sein Mut ein und seine Antwort lautete, Herausforderung angenommen. Obwohl er zuversichtlich war, dass er es schaffen konnte, hatten seine Freunde ihre Zweifel. Ich meine, er hätte problemlos in die ländliche Gegend außerhalb von Lemmington laufen, ein paar Stunden dort sitzen und dann zurücklaufen können und dann so tun, als sei er erschöpft und außer Atem. Um also sicherzustellen, dass dies nicht der Fall war, beschlossen seine Freunde ihm zu folgen. Sein Herausforderer, dessen Name noch immer ein Rätsel ist, stieg in den hinteren Teil der Karre neben seinen beiden anderen Freunden. Barham Weiss, dem Leinenhändler und Hammerson Burns, dem Fotografen. Und dann begann das Rennen. James Warson lief mit konstantem Tempo, während seine Freunde ihm auf Rädern folgten. Er schaffte es, mehrere Meilen leichten Schrittes hinter sich zu bringen, ohne auch nur müde auszusehen. Er ließ den Marathon wie ein Kinderspiel erscheinen. Seine Freunde hielten etwas Abstand, während sie ihm folgten, aber nicht genug, um ihn aus den Augen zu verlieren. Und gelegentlich hänselten sie ihn als Ermutigung, weiterzumachen. Aber du weißt, was man sagt. Alles ist ruhig vor dem Sturm. James lief weiter. Seine Freunde waren etwa 10 Meter hinter ihm, mit den Augen auf ihn gerichtet, als plötzlich das Unerwartete geschah. Es schien, als sei James über etwas gestolpert und kurz davor zu stürzen. Als er kopfüber nach vorne fiel, stieß er einen lauten Schrei aus und verschwand wie in Luft aufgelöst. Er berührte nicht einmal den Boden. Er war einfach verschwunden. Seine Freunde waren schockiert. Sie konnten ihren Augen nicht trauen. Der Anblick ließ sie ihren eigenen Verstand in Frage stellen. Wohin könnte James nur verschwunden sein? Alle drei Freunde hielten an, stiegen aus der Karre aus und fingen an, nach ihm zu suchen. Sie wanderten durch das Gebiet, um zu sehen, ob sie ihn finden konnten. Vielleicht hatte er ihnen einen Streich gespielt. Vielleicht war er nie da gewesen. Oder vielleicht hatte er sich teleportiert. Niemand konnte diesen Vorfall logisch erklären. Seine Freunde standen völlig unter Schock. Nachdem sie einige Zeit damit zugebracht hatten, ihn zu suchen, leider ohne Erfolg, traten sie ihre Reise zurück nach Leamington an. Als sie angekommen waren, begannen sie von dem unglaublichen Vorfall zu erzählen, den sie gerade erlebt hatten und erklärten, wie ihr Freund sich vor ihren Augen einfach in Luft aufgelöst hatte, als hätte er nie existiert. Also, wenn du heute eine solche Geschichte hören würdest, würdest du ungläubig mit dem Kopf nicken und annehmen, dass sie ihm etwas Böses angetan haben müssen. Tja, das ist es auch, was die Behörden damals glaubten und sie wurden verhaftet. Die drei Männer wurden in Haft genommen und die Ermittler begannen, sie zu verhören, um herauszufinden, was passiert war. Zunächst glaubten sie, dass die Freunde für James' Verschwinden verantwortlich waren. Aber nach einer Weile hatten sie keine Beweise, um dies zu untermauern. Und da er nie gefunden wurde, konnten sie nicht bestraft werden. Die Geschichte machte Schlagzeilen und die Leute fingen an, Theorien darüber zu entwickeln, was passiert war. Einige glaubten, dass die drei Männer die Wahrheit darüber verheimlichten, wie sich die Ereignisse dort draußen abgespielt hatten. Andere wiederum glaubten, dass sie die Wahrheit sagten. Andere wiederum vertraten einen surrealen Ansatz, um zu erklären, was wirklich geschah. Schließlich waren die Welt und das Universum in den 1870er Jahren noch immer ein Rätsel. Einige Theorien behaupten, dass James versehentlich in eine vierte Dimension geraten war, die ihn verschwinden ließ. Okay, wir alle wissen, dass wir 3D verwenden, um Breite, Höhe und Tiefe zu erklären und zu messen. Was passiert aber, wenn wir in eine vierte Dimension eintreten? Nun, das kann man nicht. Der vierte dimensionale Raum ist eine hypothetische Richtung in unserer 3D-Geometrie. Er wird von Mathematikern benutzt, um etwas mit Hilfe von räumlichen Dimensionen zu erklären. Es wäre also gar nicht möglich gewesen, dass ein Mensch in eine imaginäre Dimension gelangt. Eine andere Theorie behauptete, dass James sich teleportiert hätte. Während er lief, um sein Ziel zu erreichen und die Herausforderung zu gewinnen, teleportierte er sich an einen anderen Ort. Vielleicht sogar in ein anderes Land. Heißt das, dass er seine Fähigkeiten überstieg und das Rennen gewann? Na gut, Spaß beiseite. Auch wenn die Menschen damals glaubten, dass Teleportation möglich sei, so ist sie heute sicherlich nicht möglich. Allerdings ist die Quantenteleportation ein reales und sehr interessantes Phänomen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also, was ist da draußen wirklich passiert? Könnte es sich dabei um pure Einbildung handeln? Die Antwort ist nicht so einfach und ich komme gleich darauf zurück. Über diesen Vorfall schrieb Ambrose Gwyneth Beers, der im 19. Jahrhundert ein anerkannter Journalist und Geschichtenerzähler war. Das Verschwinden von James Warson wurde The Unfinished Race genannt. Zu deutsch ein unvollendetes Rennen und 1888 veröffentlicht. Es gibt keine Beweise dafür, dass James Warson eine fiktive Figur war. Vergessen wir nicht, dass Beers, der Verfasser dieser Geschichte, für gewöhnlich seltsame Ereignisse untersuchte, was ihm Anerkennung für seine ausgezeichneten journalistischen Fähigkeiten verschaffte. Aber an dieser Stelle wird es interessant. Wir alle kennen das Sprichwort, dass sich die Geschichte wiederholt und genau das ist hier passiert. Ambrose Gwyneth Beers, wie auch James Warson, verschwand und hinterließ keine Spuren. Im Alter von 71 bis 72 Jahren reiste der Schriftsteller nach Mexiko. Dort traf er den revolutionären Francisco Pancho Villa und schloss sich ihm als Beobachter an. Am 26. Dezember 1913 schrieb Ambrose einen Brief an einen seiner engsten Freunde und Journalistenkollegen, Blanche Partington. Er erzählte ihr all seine Abenteuer, wo er gewesen war und was er damals machte. Gegen Ende des Briefes schrieb er, was mich betrifft, so breche ich morgen auf in Richtung eines unbekannten Ortes. Das war das letzte Mal, dass man jemals wieder von ihm hörte. Es gab sogar eine offizielle Untersuchung zu seinem Verschwinden, bei der viele von Pancho Villas Männer befragt wurden, aber ohne Erfolg. Danach kursierte die Nachricht, dass Beers verschwunden sei und damit einhergehend tauchten viele Theorien auf. Eine davon behauptet, dass er zuletzt in der Stadt Chihuahua in Mexiko im Januar 1914 gesehen wurde. Eine weitere behauptet, dass er überhaupt nie in Mexiko gewesen war. Insbesondere eine Theorie deutet an, dass Ambrose Beers diesen Brief überhaupt nie an seine Engefreundin geschickt hatte. Dies basiert auf der Tatsache, dass sein Brief nie gefunden wurde. Das einzige, was existierte, war ein Notizbuch, das seiner Sekretärin gehörte. In diesem Buch fand man eine Zusammenfassung eines Briefes, sowie die Aussage der Sekretärin, dass er vernichtet worden war, bevor er verschickt werden konnte. Die Geschichte kam immer mehr in Schwung. Trotz der Fülle an verrückten Theorien da draußen, die darüber spekulierten, was mit dem Schriftsteller geschehen war, der sich in Luft aufgelöst hatte, genau wie seine literarische Figur James Byrne Warson, ist eines sicher. Sein Schicksal ist nach wie vor von Geheimnissen verhüllt. Was denkst du, was mit dem Journalisten und mit dem Schumacher passiert ist? Glaubst du, dass der Autor im Namen seines Werkes verschwunden ist? Was ist mit den drei Männern in der Karre? Schreib mir deine eigenen Theorien in den Kommentarteil. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Like und teile es mit einem Freund. Aber hey, warte, potatelle dich noch nicht woanders hin, äh, ich meine, teleportiere dich nicht woanders hin. Wir haben noch über 2000 coole Videos für dich, die du dir anschauen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist das linke oder rechte Video auszuwählen, es anzuklicken und schon kann der Spaß beginnen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Es ist ein Draper.